Wir müssen im Erd-Arbel-Sportfeld die Mannschaft des FC Carl Zeiss geben! Erd-Arbel! 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 Und selbstverständlich begrüßen wir auf der U-Parteistisch heute zum Mittag. Wir begrüßen Herrn Carl Palletief aus Aufgriffe und seinen Assistenten Thomas Stein und Simon Arz. Wir begrüßen Herrn Carl Palletief aus Aufgriffe und unseren Essen. Wir begrüßen Herrn Carl Palletief aus Aufgriffe und seinen Stuhl. Wir begrüßen Herrn Carl Palletief aus Aufgriffe und seinen Herrn. Wir begrüßen Herr Erd-Arbel-Sportfeld die Mannschaft des Arts, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR . Der ist echt cool dazu! Der ist echt cool! Hast du jetzt genug Deutsch-Dame gemacht? Die Spinner! Ist doch mein Arsch! So ein Rasen-Kasten! Ey, Junge! Das ist mein Arsch! Scheißding! Applaus 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 Das war's für heute. UNCT! UNCT! HE to Getting a Verantwortung! Be haters.... On this stage! 68th and 60th of Minutes! 2-4-11-10 of the Seuss... Torstückel! Torstückel! Der Spieler mit den Nummer 11! Sebastian! 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 Wir haben einen neuen Spielstand in Paris! FC Kreuz, als Jena! Paris! Hallo? Danke! Sk hai! �ai! Der Schiff ist aus! Wir wollen ja! Macht euch! Erg exingl ziel nochmal Aua! Danke! Sieg er Joan Sterling! ahan blieb war! Vielen Dank bei 7.206 Zuschauern, ihr warnt alle Sportfälle. Herzlichen Dank für eine großartige Stimmung im kleinen Dördchen. Wenn es alles gut geht, sieh dir gewusst, dass du das Dördchen wohl bekommst, Freitag. Noch einmal der Hinweis an unsere beste Fans aus Aue, die mit dem Zug gekommen sind. Ihr Zug fährt um 17.22 Uhr von Gleis 1 des Westbahnhofs. Und achten Sie auf den Zug, jeweils Wicker auf Gleis 1, Gleis 1, 17.22 Uhr. Danke für die Übersicht und eine gute Heimfahrt. Der Berater, 90 Minuten Fee, der ist seit seiner Langsprojekte. Mit der ersten und vierten Minuten noch zu seinem Berater, bis jetzt ein Hüftelfeld. Danke für teuer Verständnis, der Schalter, der euer frei. Danke für die Übersicht und eine gute Heimfahrt. Zul'er, 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 Zul'er! Applaus Applaus Stürmer, 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 Stürmer! Stürmer, Stürmer, Stürmer!